Musik Hallihallo Hallöschen und ein wunderschönes Willkommen Ja, bei einem neuen Let's Play von mir, von dem Knusperkop Das ganze nennt sich Sticks Und dem einen oder anderen sagt es vielleicht, was hat es vielleicht schon selber gespielt Denn das Spiel ist von 2014 Sticks Masters of Shadows ist, wie gesagt, von 2014 Ich drück meine beliebige Taste, ihr seht es, um wen es sich handelt Nämlich um den Sticks, den Goblin Dieb Ja, also ist, ja wie soll ich sagen Die ganze Story kenne ich noch nie Ich hab's mal vor einer ganzen, ganzen, ganzen Weile Hab ich das mal so, vor allem privat gespielt Ja, jetzt möchte ich's gerne mal aufnehmen, eine Runde Denn es kommt dieses Jahr 2017, kommt ein neuer Teil raus Nämlich namens Shards of Darkness Und den würde ich auch gerne let's planen Vorher würde ich aber gerne dieses Spiel machen Um dann den Folgetitel sozusagen rauszubringen Ja, wir sind ein Goblin, ihr seht es hier Wir sind im Schleichermodus, wir müssen versuchen das alles so schleichend und ruhig wie möglich anzugehen Und das sind so Sachen, die mir sehr gefallen Also so ein bisschen Hitman-Style kann man sagen Wir schauen uns die Sachen mal an Viel Story ist natürlich auch dabei Oder Story ist auch dabei, sagen wir's mal so Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern Auf jeden Fall hat's mir mega Spaß gemacht Was der Grund ist, warum ich es jetzt anfange Ja, dann würde ich sagen Neues Spiel Wir machen normal, normal ist normal In einem Duell kannst du gegnerische Angreifer ausweichen Indem du eine Rolle machst Okay, ich hab keine Ahnung mehr Schauen uns das mal an Ich hab auf jeden Fall Bock drauf Beliebige Taste drücken Ja, beliebig finde ich nicht Das Atrium von Akinash Ein Welt, die in einer anderen Das ist, was Menschen tun, wenn sie nicht eine Sache verstehen Sie bauen Wände rundherum Sie bauen Locken auf die Türen Und sie bauen Soldaten in fronten dieser Türen Je größer das Geheimnis Je größer das Lock Und das verrückte sind die, die es wollen, zu holen Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Das verdammt, 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 aus dem Herzen des Weltkrieges. Ein Magma von Sticky-Greemens, all die Gedanken von denjenigen, die zu spüren die Verlangen sind. Humans, Elves... All ihre private little chatters, mixed up in this disgusting soup. Eine Flüte von Ideen, constantly fließt in meine Kopf. Für alle diese Jahre... Es dauert so lange für mich zu finden diesen Ort. Mit jedem Schritt, ich höre meine Sprüche ein bisschen weniger, und alle anderen ein bisschen mehr. Ich bin so leid. Es ist Zeit, es zu Ende. Während ich immer noch meine eigenen Gedanken zu erkennen. Das Herz des Blüten. Das ist warum ich hier bin. Das, zumindest ich bin sicher, ist mein eigenes Wille. Das ist die Einheit für Glocken. Aber auch die Gefängnis. Es ist Zeit, um zu gehen zur ersten Phase des Planes. Es ist eine Werte. Und es beginnt... ... jetzt. Okay, beast, wake up. Answer when Lord Barnaman speaks to you. Who are you? Speak. My name is Styx. There's a surprise. The elves give names to their monsters. Where do you come from? I've never seen anything that looks like you. I am one of a kind. It's the elves who created it, Father. That's obvious. They pulled this runt out of their sticky larvae and they sent it here to spy on us. Speak. Is it the elves who sent you? Why are you here? Elves are... If you only knew. They don't need spies to find out what's going on in this accursed tower. So, you're working for them. What did you come here for? I came for the heart of the tree, of course. I knew it. Those degenerates want to retake the tree and keep their precious amber for themselves. Father, we must bring them to heal while we still have time. Enough, Aaron. I secured this alliance with the elves and I intend to respect it. For the moment, we need the elves. You know it very well. Rubbish. Oh, yes, you do need the elves. How many of you poor little humans died the last time you tried to extract amber by yourselves? Huh? How many? Hundreds? Oh, yes. You do need the elves. But they don't need you. How long do you think you can lock them up in their own world? The amber is theirs. The tree is theirs. The heart of the tree is theirs. And I intend to get my hands on it and take it away from here. They're dying to get their tree back, eh? But they won't do a thing. We have an agreement. An agreement? We don't sign agreements with people who have amber in their veins. Ha, ha, ha. You're out of your depth, Mr. Governor. Oh, ha, ha, ha. You've got some nerve. Ha, ha, ha. I'm sure you've never even seen the heart of the tree. Oh, but I have seen it. Since I've been holed up in the bowels of the atrium, I can see it night and day, even in my dreams. And every day I say to myself, Hey, Rackash. The heart of the tree is over there, almost within reach. And by your life, you're gonna find some way to steal it. Because you're not leaving the tower without it. The heart of the tree, yeah. Oh, this headache. What? I... Where was I? Shit, my brain is in the anvil. Yeah, yeah. The heart of the tree. What did I do with my dagger? I feel naked without my dagger. I gotta find it quick. Okay, also nochmal ein herzliches Willkommen zu Styx, Masters of Shadows. Und, äh, ja, wir sind wie gesagt der Goblin, der das Herz sozusagen stehlen möchte. Ähm, ihr seht, äh, die, die, die Video, die Videosequenzen waren echt, äh, sehr, sehr krakelig, sehr, 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 ihr seht, das Spiel ist schon ein wenig älter, ne? Also, also wir können uns mit C ducken, äh, geduckt gehen und mit F, F können wir eine Rolle machen. Wir müssen jetzt erstmal unseren Dolch wiederholen. Ähm, ja, springt, klar. Okay, der springt relativ weit, das ist gut. Hm. Können wir uns dort festhalten? Okay. Letten wir hier mal lang. Okay. In the meantime, keep your hands off. Okay, okay. I'll wait till tonight. Okay. They must be talking about my dagger. It can be far away. Ein Lebenstrank wär jetzt aber auch nicht schlecht. Da drüben laufen sie, seh ich gerade. Gehen wir uns erstmal einen Lebenstrank holen. Wie kann ich denn den benutzen? Mit Kuh. Okay, alles klar. Komm ich hier lang? Ah, okay. Alles klar. Ich muss weg, bis ich meine dagger finde. C geduckt. Bin ich schon? Geduckt und gehe in die beste Variante, um dich unerfällig vorzuhängen, den Gegner überraschen. Aber pass auf, wo genau du hintrittst, wenn du Objekte stößt, umwerfst, reagieren deine Gegner darauf. Okay. Kann ich den hier ausschalten, irgendwie? Okay, dann bleibt's. Ah ja. Wir machen es dunkel. Okay, im Schatten sehen sie uns nie. Du bist der Meister des Schattens. Je denn du dich dunkel bewegst, desto gering ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn du dein Tattooier und aufleuchtest, bedeutet dies, dass du im Schatten bist und kannst die übrigen Fackeln löschen und beleuchtete Stellen abzudunkeln. Okay. Okay. Ich will mein Deutsch. Wer war denn sein Gemächt dran auf? Aha. Der ganze Bereich ist schweig mit Alice. Ich werde nach unten in die Prisons und freiwillig meinen Freund. Er weiß, wie sich mit sich verabschieden. Also, wenn ich in dieser Tauern in dieser Tauern dann werde ich irgendwo sicher sein, um zu organisieren. Und auch eine Mappe des Atriums. Well, ich werde nichts getan standen hier. Ich werde meine Dagger und dann geht es um zu arbeiten. Alles klar. Machen wir so. Zum Dolch. Da ist einer. Okay. Scheiße. Da ist einer. Da ist einer. Der dreht sich rum. Das wäre jetzt nach hinten losgegangen. Wo läuft denn der jetzt hin? Ah, okay. Alles klar. Sehe ich den irgendwie? Ah, da ist mein Dagger. Ich war Angst, dass ich dich verloren habe, meine Schönheit. Hm. Es gibt ein paar... Let's see. Wir haben Maps in der Stadt. Noch was, Laune? Ich bin mehr als das, um zu bekommen, was ich will. Hauptzähl abgeschlossen. Äh, du gerissener Dieb. Lass dich doch nicht von einer flachen... Äh, einfach ein Tür aufhalten. Drücken in der... Die Kaste... Durchs Schlüsselloch schauen. Okay. 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 Autospeichern Da drüben steht noch einer drinnen Deswegen warte ich mal kurz Bis der wieder weglatscht Ist mir ein bisschen safety Ja jetzt Ah der läuft dort hinter Alles klar So wo muss ich denn jetzt hin Ah hier hoch Okay Okay Huch Hier war ein Loch Ich weiß doch keiner So Teppiche verringern die Lautstärke der Geräusche Die Springerzeugst Nutze sie um deinen Gegner zu überraschen Hier ist bloß einer Weniger Lärm zu machen Töten Gedrückt halten Leise Leise ist immer gut Boah Knack Schön irgendwo verstecken Ah hier Alles klar Super Sache Finde ich so geil sowas Die können wir nie löschen Aber die können wir noch löschen Ich weiß nicht Ich hab den Drang die Fackeln zu löschen Tut mir leid So Ich bleib mal lieber im geschleichten Modus Duell mit einem Gegner Wenn du von Wachen und Nachkampf angegriffen wirst Gibt es kein Zurück mehr Und du musst dich zur Wehr setzen Wehre die gegnerische Angriffe Im richtigen Moment ab Und bringe den eingreifenden Rhythmus Um ihn schließlich zu töten Neiman Oh well Nein Kacke Mann Hilfe Ich treff nie Ich treff nie Ah ich bin zu doof Letzten Spielstand laden Fuck Okay ich muss den Im richtigen Moment Muss ich dem Muss ich dem erstmal Muss ich angreifen Okay Scheiße Boah alter 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 Okay wo kriege ich ihn Toll Na super Egal Legen wir ihn hier Hier hin Sieht ihn keiner Alles klar Sitz gut Sitz Das würde er gerade Mittagspause machen So Ehe löschen Und dann Lunds mal erstmal Durchs Schlüsselloch Da ist ein Lebenstrank Schön Ansonsten sehe ich erstmal nix Das heißt Wir schließen erstmal auf Achso Ich muss eh gedrückt halten Alles klar Ich guck nochmal Ich guck nochmal Der Schlüssel Und dann vielleicht auch Irgendwie einer Aufgetaucht ist Das ist nötig Okay Lebenstrank Wird zum Glück Nicht verloren So machen wir auch Es mal aus Sand So Sand ist wichtig Wie viel kann ich ihn mitnehmen Ach Sandvorrat ist voll Okay Gegenstand wechseln Sand Und dann mit Kuhgegenstand benutzen Alles klar Gut Da kann ich mich jetzt Hinten langschleichen Ich kann mich auch hier Drinnen verstecken Hm Und das bringt mir jetzt Was Genau Ah Okay Uh Hi Ah Ja da drüben läuft aber auch Fuck Fuck Ja toll Ach kommt Echt Wie hat denn der mich jetzt Weil ich nochmal vorgekommen bin Scheiße Ach kacke Na gut Beliebige Taste Äh Okay Hier sind wir nochmal Das kriegen wir hin So Dann können wir hier direkt schon aufschließen La 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 Schluck Kapu trinken Aufmachen die Bude Alright Let's Wieder schleichen Sand holen Wir wissen ja jetzt wie es geht Alles klar Die machen wir aber trotzdem noch aus Sand So Zurück ist kein Fackel zu löschen Sand nehmen Und auf die Fackel werfen Flamme aus der Detanz Ja gut Das habe ich ja jetzt gerafft Die Frage ist wie kriege ich denn die Leute ausgeschaltet Oder wie kriege ich das hin Dass die mich nicht sehen Verstecken Verstecken ist die eine Sache Sobald ich aus dem Schatten rauskomme Sehen die mich nämlich Und das ist das Problem was ich habe Juuuut Das heißt Ich warte bis der Typ wieder hier ist Kann ich dem den Scheiß nicht ans Gesicht schubsen Mistikaka Da ist er wieder Könnte ich wenn ich wollte Nö Okay das lief besser Jetzt warte ich kurz bis der da drüben Scheiße der kommt hier hergelaufen Worum tut er das Finde ich jetzt nicht so angenehm Muss ich denn Ich muss die ja nie killen Ich mag das zwar irgendwie Aber ich Oh Gott Ähm Ähm Okay gedrückt halten um Entdeckung zu gehen Was mach ich jetzt Lehn Und auffälligerweise gegen ein Schwert zu entdecken Alles klar Gut 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 Ähm Wie soll ich das jetzt hinkriegen Wenn ich ehrlich bin Ich hab keine Ahnung Den ausschalten macht keinen Sinn Sich irgendwo lang zu schleichen Ah ok Fällt auch nie auf Ist klar Ecke 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 Deckung wechseln Alles klar Nein nur genau jetzt läuft er los Ihr Affengesichter Sind sie überfordert Ich muss erst mal wieder sich beruhigen lassen Ich hoffe das geht Okay Die haben aufgegeben Puh Ähm So Wo will denn der jetzt hin Mal ganz blöd gefragt Ach nö Au Scheiße Hä Wie soll ich denn da Okay Da sehen sie mich Fuck Fuck Ist gar nicht so einfach Dit ist gar nicht so einfach Ja 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 Quatsch mit kein Keks an die Backe Ehrlich mal Die Kredite hat auch aufgegeben Der andere ist dort hinten Da hätte ich jetzt aber auch mal Oh Gott Hätte ich das gewusst Ich möchte mal zu dem Jungen Da drüber gegangen Weil der Steht halt bloß da rum Hallo 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 Bewegt ihr euch auch mal wieder ein bisschen Nö Tut der auch nicht Ach Gott Fickt euch doch Echt eh Nein Boah Alter Jetzt haben sie mich Ja toll Ach kommt ey Ich versuch's nochmal Mal sehen Ich weiß nicht welcher Letzte Spielstand Jetzt geladen wird Und ob wir das schaffen Sehen wir erst In der nächsten Folge Haha Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen Schreibt mir mal in die Kommentare Wie es euch denn so gefällt Das ganze Spielprinzip Vor allem was ihr so von solchen Schleichspielen und sowas haltet Ähm Ja Und wir sehen uns hoffentlich Zur nächsten Folge wieder Macht's gut Bis dahin und Tschüss